Hallo bei Tutti Sensi. Heute verkosten wir mal wieder ein Bier und zwar von der Biobrauerei Riedenburger. Heute verkosten wir das Doldenhell und da stehen ganz viele sehr interessante Dinge drauf. Ich zeige es nur noch mal ganz kurz, wie das Bier ausschaut oder das Etikett ausschaut. Und zwar Riedenburger Brauhaus seit 1866, das schon klar, Doldenhell, handwerklich gebraut. Unten links steht hopfig und stopfig, blumig und freudig. Das mit dem Hopfig, das habe ich mir schon mal kurz durchgelesen. Und zwar ist das offensichtlich ein traditionelles Bier aus der Brauerei. Und dann hat wohl der junge Brauer mal versucht, da was Neues zu machen und hat den Kalisterhopfen genommen, uns dem Chef gezeigt oder verkosten lassen und er sagte, bei uns ist natürlich auch traditionell immer mal wieder was Neues zu machen. Und deshalb, und genau so ist dieses Bier wohl entstanden. Es hat 4,8 Prozent Alkohol und unten rechts steht noch für den leichten Suri. Da sind wir ganz ehrlich gesagt nicht dahinter gekommen, was es bedeutet. Aber vielleicht finden wir das ja noch raus. So, jetzt haben wir das Bier eingeschenkt. Wir haben eine schöne gelbe Farbe, nicht durchsichtig, einen recht kräftigen Schaum obendrauf, sehr großporig obendrauf, auf der Seite eher kleiner und der hält auch recht lange an. So, jetzt haben wir das Bier verkostet und ich erzähle unsere Eindrücke. Über die Farbe und den Schaum haben wir ja schon gesprochen. Vom Geruch her hatten wir einige Eindrücke. Auf jeden Fall erstmal hopfig, das stieg zuerst in die Nase. Letztendlich auch ein bisschen süßlich. Von den Früchten oder Fruchtaromen, die wir gerochen haben, kamen uns Grapefruit und Kiwi in den Sinn. Etwas vegetative Noten wie von Geranie zum Beispiel oder ein bisschen Lavendel. Definitiv auch ein bisschen würzig. Muskatnuss oder Gewürznelke konnte man riechen und leichte Geröstaromen wie von geröstetem Brot. Der Geschmack war sehr ausgewogen und rund und eben auch fruchtig. Die Fruchtaromen kamen da auch noch zum Vorschein. Der Antrunk war angenehm und rezent. Das heißt, er war nicht zu sehr anhängend, aber auch sehr gut eingebunden. Und der Haupttrunk war sehr vollmundig. Der Nachtrunk, das heißt, wenn man das Bier heruntergeschluckt hat, war angenehm und ausgewogen. Es war nicht anhängend und der Gesamteindruck ein gutes, sehr typisches Bier, ein sehr frisches Bier. Und so wie es hier auch draufsteht, hier steht nämlich untergäriges Feierabendbier. Das ist wirklich ein Bier, wo man sagt, okay, nach Feierabend ein leckeres, frisches Bier. Das mich wieder so ein bisschen frisch macht und entspannt.